Und im Tagesgespräch geht es um die Steuerschätzung und den Haushaltsstreit in der Ampel. Darüber spreche ich mit Helge Braun, Abgeordneter der CDU und Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ja, wir haben es gehört, der Finanzminister gibt sich gelassen. Hat er Anlass dazu aus Ihrer Sicht? Ja, denn eins muss man sagen, Deutschland ist ein Land mit extrem hohem Steueraufkommen. Sowohl die Bürger als auch die Unternehmen leisten sehr, sehr viel und das Steueraufkommen ist auch sehr stabil. Also wenn man die Steuerschätzung sich mal anschaut und ein Jahr weiter sieht, 2025, werden wir mehr als 1000 Milliarden Euro Steuern einnehmen. Und das muss auch reichen. Ich glaube, es ist auch möglich, damit einen Haushalt aufzustellen, der die Herausforderungen, die wir haben, auch wirklich bewältigt. Bisher ist das ja noch nicht gelungen. Darüber sprechen wir gleich noch. Der Finanzminister will nächstes Jahr unbedingt die Schuldenbremse wieder einhalten und Steuererhöhungen schließt er auch aus. Das heißt aber dann auch, die Regierung muss sparen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz? Ja, da hat er recht. Denn man muss ja daran denken, nicht nur die Steuerbelastung von Bürgern und Unternehmen ist hoch, sondern alle Menschen und auch die Unternehmen spüren gerade die Inflation. Die Menschen und die Unternehmen sind hoch belastet. Und deshalb eine Diskussion über Steuererhöhungen, gerade da, wo jetzt auch unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr so dynamisch ist, wie wir es in den letzten Jahren hatten, wäre völlig falsch und würde unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand gefährden. Also mit diesen ohnehin schon hohen Steuereinnahmen muss der Bund auskommen und deshalb muss, wenn wir neue Prioritäten setzen, wie zum Beispiel im Bereich Verteidigung auch an anderer Stelle, jetzt mal deutlich gemacht werden, was nicht mehr geht. Und da muss dann auch gespart werden. Was geht denn nicht mehr aus Ihrer Sicht? Wo würden Sie den Rotstift ansetzen? Also eine ganz große Kritik aus der Unionsfraktion ist natürlich, dass die Ampelkoalition seit Beginn unglaublich viele Stellen in den Ministerien geschaffen hat. Insgesamt 10.000 und fast 200 absolute Führungsstellen. Personal ist extrem teuer und führt natürlich auch dazu, dass Haushaltsspielräume sich verengen. In solchen schwierigen Zeiten haben frühere Finanzminister dann zu den Mittel gegriffen, haben gesagt, ein Jahr, jedes Jahr ein Prozent Stellenabbau. Das wäre eine Frischzellenkur auch für die Ministerien, die jetzt absolut erforderlich ist. Stellenabbau wäre ein Ansatz. Sie haben es aber gerade schon gesagt, bei der Verteidigung, das sehen Sie auch, dass da mehr Ausgaben nötig sind. Wie sieht es denn aus bei der Kindergrundsicherung? Wir haben es eben gehört, da fordert die Ministerin 10 Milliarden Euro mehr. Richtig oder falsch? Also ich glaube, dass man sich im Bereich Kinderarmut etwas überlegt, ist richtig. Ob es in dieser Größenordnung sein kann, dazu muss die Regierung jetzt erstmal einen Vorschlag machen. Wichtig ist, dass alle Leistungen, die wir heute schon haben, auch wirklich bei den Kindern ankommen und das ist häufig das Problem. Also wenn wir über die Bekämpfung von Kinderarmut gehen, geht es nicht nur um einfach um mehr Geld, sondern vor allen Dingen darum, Leistungen wirklich an bedürftige Kinder zu bringen. Wir haben es eben schon angesprochen, der Haushaltsstreit in der Ampel geht weiter. Viele dachten, jetzt kommt die Steuerschätzung, dann kann ein Entwurf für den Haushalt 24 gestaltet werden und der wird dann im Juni vorgestellt. Jetzt wird das wieder verschoben. Ärgert Sie das eigentlich als Vorsitzender des Haushaltsausschusses? Ja, außerordentlich, weil ich schon als die Verschiebung der oder die Aussetzung der Eckwerte beschlossen wurde, gesagt habe, ich halte das für ein Fehler. Weil Eckwerte heißt ja nichts anderes. Die Minister einigen sich erstmal drüber von dem begrenzten Geldvolumen, was wir haben. Wer kriegt wie viel? Und dann kann jeder Minister seine eigenen Prioritäten setzen. Wenn aber jeder ruft, ich brauche viel mehr, dann wird das ganze Verfahren sehr viel schwieriger. Und deshalb ist die logische Konsequenz, dass Christian Lindner dann einfach sagt, ja, jetzt brauche auch ich länger. Aber eins muss man deutlich sagen, dieses Haushaltsverfahren ist aufgrund dieser äußeren Umstände kompliziert. Und deshalb geht es nicht, was wir teilweise in der Gesetzgebung erlebt haben, dass die Regierung sich ewig Zeit lässt und dann hinterher die Beratungen im Deutschen Bundestag unter Druck geraten. Weil eins wollen wir ja alle, dass es zum 1. Januar einen Haushalt gibt, wo man dann auch arbeiten kann und kann beginnen, auch die Mittel zu verausgaben. Und deshalb sehr viel mehr Zeit haben sie jetzt nicht. Und eigentlich war das dumm, weil es war absehbar, dass durch die Steuerschätzung jetzt nicht riesige Spielräume entstehen, die das Ampelproblem quasi in Luft auflösen. Sie haben also im Grunde genommen jetzt drei, vier Monate mit Nichtstun verschenkt. Und das ist wirklich ärgerlich. Wen sehen Sie da vor allem in der Verantwortung? Ist das nicht die Aufgabe von Finanzminister Lindner, dann auch dafür zu sorgen, dass man da eine Einigung erzielt? Finanzminister Lindner hätte die Einigung erzielen müssen und er hätte natürlich die Rückendeckung von Bundeskanzler Olaf Scholz gebraucht, der lange Finanzminister in der letzten Regierung war und deshalb auch ganz genau weiß, dass solche zusätzlichen Spielräume nicht zu erwarten waren. Und der auch eine Ansage an sein gesamtes Kabinett machen muss, dass diese Vorstellung, dass jeder zweistellige Milliardenbeträge mehr bekommt, eben nicht in die Zeit passen. Und wenn der Bundeskanzler an der Stelle nicht führt, hat es der Finanzminister auch schwer, aber ich sehe sie alle beide in Verantwortung. Das sagt Helge Braun von der CDU, Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Vielen Dank. Sehr gerne.